Ähm, Müsli. Meine Leidenschaft. Schlafen. Erstmal ein Bier draußen getrunken, das war das erste Bier in diesem Jahr. Weil ich dieses Jahr kein Alkoholtrinknis unter bespielen, außer nach der Quali, habe ich mir gesagt. Will meine Trainingspartner bei den Trainingsserien bescheißen? Ähm, Hip-Hop. Dass man sowohl Stadt als auch Natur miteinander verbunden hat und man immer nach dem oder das machen kann, worauf man gerade Lust hat. Profischwimmer. Ja. Mit gutem Essen kicken wir mich rum. Schnell schwimmen und danach viel feiern.